So, chers amis, in der letzten Stunde ist offenbar einiges ans Licht gekommen. Ich staune immer wieder, wie viel Dreck auch in der besten Gesellschaft aufgewirbelt wird, wenn man ein bisschen herumstochert. Da wäre als erste unsere verehrte Gräfin Zobel, die ihre Ahnenreihe bis zu Ivan dem Schrecklichen zurückverfolgen kann, und sie entpuppt sich gemeinsam mit ihres so unschuldig schauernden Zofa als raffinierte Falschspielerin. Nun ja, Not kennt kein Gebot. Noch verdächtiger macht sie jedoch die Tatsache, dass der Schaffner Doyle sie damit erpressen wollte. Ein erstklassiges Mordmotiv. Kaum weniger verdächtig, unser schönes Fräulein Marlène. Sie verband mit dem Schaffner mehr als nur eine Affäre. Sie hat ihn auch bei seinen erpresserischen Aktivitäten unterstützt, indem sie die potenziellen Opfer, vor allem die männlichen Geschlechts, ablenkte. Ein sauberes Pärchen. Hat sie ihren Geliebten getötet, weil sie glaubte, er wolle sie wegen der charmanten Zofa sitzen lassen? Oder ist sie gar eine deutsche Spionin, wie Lady MacPom vermutet? Und dann Lord Winterbottom, auch eine undurchsichtige Figur in diesem bösen Spiel. Als Geheimpolizist war es sein Auftrag, die königliche Familie und auch deren Anhang vor Anschlägen zu schützen. War Mr. Doyle vielleicht ein Terrorist? Einer der Attentäter, die es auf das Leben von Wallis Simpson abgesehen haben? Und wurde er darum schon einmal vorsorglich von unserem Lord ausgeschaltet? Und dann natürlich die ruchlosen Attentäter selbst, deren Identität noch nicht gelüftet ist. Jeder von ihnen könnte es gewesen sein. Hat der schnüffelnde Schaffner ihren Komplott aufgedeckt und wurde darum beseitigt? Fragen über Fragen Darüber hinaus bin auch ich nicht untätig gewesen und möchte ihnen weitere Ergebnisse meiner Untersuchungen offenbaren. Erstens. Als ich das Abteil des Ermordeten betrat, fiel mir sogleich ein typischer Geruch auf. Chloroform. Zudem war der Tote der Beuchlings auf der Pritsche lag, gefesselt und geknebelt. Warum sollte ihn der Mörder erst wie einen Rollbraten verschnüren und ihn erst dann erschießen? Zweitens. Im Waschbecken des Schaffnerabteils entdeckte ich Spuren von Barthaarren und frischem Rasierschaum. Offenbar hatte sich Dolph vor seinem Tod rasiert. Eine pure Laune, um einer ihr anwesenden Dame zu gefallen, die keine Bärte mag. Oder steckt mehr dahinter? Drittens. Die Tür des Abteils war verschlossen. Jemand, vermutlich der Mörder, musste also einen Schlüssel gehabt haben oder in der Lage gewesen sein, eine solche Tür auf eine andere Weise zu verschließen. Tatsächlich war der Generalschlüssel, mit dem jeder Schaffner ausgerüstet ist, nicht auffindbar. Viertens. Eine weitere entscheidende Frage. Warum, oh Diable, hat niemand den Schuss gehört? Wie die Kugel beweist, gehört die Waffe zu einem Modell, für das es keine Schalldämpfer gibt. Meine messerscharfe Kombination, der Mord geschah exakt zu dem Zeitpunkt, als der Zug durch einen Tunnel fuhr. Der Schuss ging in dem Getöse unter, das die ratternden Räder durch den Widerhalt der Tunnelwende erzeugten. Diese Rätsel, cher Samy, sollten Sie genug beschäftigen, bis ich wieder bei Ihnen bin. Untertitelung des ZDF,